Hallo Suzaba, willkommen zu ROOP. Heute muss ich meine Hand waschen, also heute benutze ich kein Shampoo, sondern Co-Wash Conditioner. Das wollte ich heute benutzen. Und ich wollte euch sagen, wie ich meine Co-Wash mache. Ganz einfach. Ich habe das fertig gemacht. Ich habe gedacht, ich habe auf Rekord getrunken, aber war nicht. Also. Guck mal, ich habe das in DM gekauft. Sehr, sehr gut. Ich habe fast, ich glaube, bei 2 Euro oder so, habe ich das in DM gekauft. Sehr gut für Haarwaschen. Wie Massage. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. nicht so viel Haar. Fingercorm ist sehr, sehr richtig. Nach dem Fingercorm dann einfach twisten. Und dann, ich nehme diese kleine Haarband, das Kinder Haarband. Ich benutze diese Kinder Haarband, das ist Festhalte. So, das war's. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Haar. Und jetzt, ich muss waschen. Das ist meine Haare ohne Produkte. Ganz, ganz weich. Und sauber auch. Das ist meine Haarband. 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 So fatig. so that's was that is my cold wash routine ich hoffe dass diese video gefällt euch und bis nächstes mal tschüss